Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu ADOM. Nach dem letzten Mal habe ich die Zauberbücher gelesen, die wir im Rucksack hatten, bis auf jeweils ein Exemplar von Fireball und Teleportation für den Fall der Fälle. Das hat sich in erhöhten Castings niedergeschlagen, was nicht verwunderlich ist. Teleportation sind wir wieder auf einem anständigen Level, 2300, Lightning Bolt war auch dabei, haben wir jetzt sogar 3600. Burning Hands bei 4, Fireball knapp 2000, ja das sieht erstmal ganz gut aus, allerdings sind wir ein bisschen dünn aufgestellt, was einen zweiten Ballspell angeht. Da haben wir nur Lightning Bolt, da haben wir nur 480, das ist ein bisschen wenig. So, dann habe ich hier mal im Shop aufgeräumt, alle Items auf eine Stelle gebracht, damit der Kollege Woldenburg mal neue Sachen bestellt. Dann muss ich Thwanda nochmal rehabilitieren, es gibt nämlich noch eine weitere Änderung bezüglich seiner Quest, also dieser Random Monster Quest. Inzwischen ist es so, seit einer neueren Spielversion, dass diese Random Quests eigentlich gar nicht mehr random sind. Also die Monster, die man finden muss, hängen von dem Erfahrungslevel ab, von unserem. Und welches Monster es sein soll, ist zwar vom Prinzip zufällig, allerdings wird aus einem sehr begrenzten Pool von Möglichkeiten ausgewählt. Und ich habe mir diesen Pool von Möglichkeiten mal angeguckt, da ist eigentlich kaum was Unfaires dabei. Also das muss ich Herrn Biskup lassen, das hat er in einer der letzten Updates, oder wahrscheinlich ist das schon Jahre her, aber das letzte Mal, dass ich das Spiel gespielt habe, ist ja schon ewig her, hat er das korrigiert und deutlich verbessert. So, noch irgendwas passiert? Ja, es ist noch was passiert. In Level 9, da wo ich die Bücher gelesen habe, um nicht corrupted zu werden, da stand ja auch so eine Statue rum, irgendwie Strangely familiar und Sometimes you must run before you can walk oder irgendwie so ein Kram. Und eher so zufällig habe ich da drauf, also ich bin nochmal drauf gegangen, um zu gucken, was da stand, vielleicht kriege ich da noch irgendeinen Hinweis. Und eher so zufällig habe ich auf der Statue offensichtlich eine Runde gewartet und nichts gemacht, was dazu geführt hat, dass unser Speed sich erhöht hat. Da kam dann irgendwie die Meldung, use Speed up. Und wir haben jetzt fünf Speed mehr. Und ja gut, das erklärt dann die Inschrift, Sometimes you must run before you can walk. Naja, so wie es häufig ist, im Nachhinein weiß man es dann. Aber das war also eine sehr nützliche Statue. Ich will jetzt ein bisschen überlegen, ob man so verschiedene Sachen, also was heißt verschiedene Sachen, so viel kann man in der Statue ja nicht machen. Man könnte, ja, man könnte drauf warten, man könnte gegentreten, was wahrscheinlich nicht gut ist, weil das wirkt so respektlos. Man könnte vielleicht davor was opfern oder so. Chaos Sister. Gehen wir weg. Necklace of Rapid Healing. Okay, die gleiche Farbe wie die Chaos Sister. Wie praktisch hast du das farblich passende Necklace getragen. Okay. So, wo wollen wir jetzt hin? Ah ja, in den, genau, in den Forest. Was war die? Ask you to find the animated forest and venture beyond it. Okay, na gut, dann können wir das mal machen. Willst du Ärger? Ne, gut. Na gut, dann schauen wir mal. Ja, willkommen im Animated Forest oder wie ich es mal nenne, Burnham Wood. I'm not afraid of death or bane. Wird schon. You enter a huge cavern, which seems to be lit by some kind of unnatural light, emanating from the ceiling high above you. The air is moist, but the greatest surprise of all is that you are surrounded by a forest. Moments later, you are even more surprised when you notice that all trees seem to be animated. Ja, was wir hier gleich mal machen, weil, ich meine, das kennt man aus dem heimischen Wald. Ähm, Bäume können Unsichtbares nicht sehen, deswegen machen wir uns mal unsichtbar so. Äh, das heißt, die sehen uns jetzt nicht. Ähm, jetzt wollen wir hier mal irgendwie, hallo, hallo, hallo. Äh, die sind vom Prinzip, ähm, uncaring. Manchmal ist einer hostile dabei. Und sie werden auf jeden Fall hostile, wenn wir in sie reinrennen und sie, oder sie angreifen. Und deswegen wollen wir das mal vermeiden. Ähm, what? You'll sense an imminent and bloodshilling threat? Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Ich meine mal kurz, übrigens, es ist besser, wenn wir auf, nee, nicht very defensive, very aggressive gehen. Ähm, in, ähm, wir haben ja ein Schild und da ist Berserk nicht die beste Wahl. Weil, ähm, wenn wir ein Schild haben, können wir, wenn wir nicht Berserken, noch mit dem Schild blocken. Und das, äh, haben wir nämlich seit ich Berserke nicht einmal gemacht. Ähm, und der Grund ist, dass man das bei Berserk einfach nicht tut. Ähm, deswegen nehmen wir, ähm, die Nicht-Berserk. Äh, Taktik, okay, was, was, wie, wie, was, warum? Giant Bad, das kann es ja wohl nicht gewesen sein, das hier. Giant Bad attacks something, ja, okay. Ähm. Äh. Okay, was zur Hölle ist das da? Ruckus, du Lizardman. Äh, äh. Okay, du bist also blutscht... Äh, äh, threat. Äh, da gehen wir mal auf Coward. A rare, desert, was, a rare desert Lizardman. He appears to throw extra spears using his tail like a third arm. Ja, ja. Okay, du kämpfst gerade mit Animated Trees, das ist eine ganz gute Idee. Wie finden die das denn, wenn ich hier mit Feuer operiere? Das finden die wahrscheinlich überhaupt nicht gut, ne? Sollten wir vielleicht... Ja, ja. Wenn wir aber einfach nur Burning Hands machen, das dürfte ja... Äh... Sully Storm seems to disturb the trees. Ah, ha, 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 okay, sie haben es gemerkt. Heh, ha, 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 ha. It's Nily Christ, they advance on you. Obviously prepare to tear you into tiny bits. Mhm. Ähm... Sind die jetzt alle hostile? Ja. Oh, da ist ne Treppe. Lass mich hier mal durch. Ähm... 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 There is a stair leading downward here. The steps are covered with all kinds of slimy mosses and mushrooms. They drip with humidity the deeper they lead. Oh, I've completed the quest. Okay. Ach du liebe Güte. Wo sind wir denn hier gelandet? FC, aha. Okay. Ist ja alles sehr interessant hier. Apply a skill. Ach, come on. Okay, denen geht es nicht so gut. Arms of clay. Ist mal was, Kollege. Hier hat man Sausage. Sind wir auch very aggressive? Ja. Hier Distant Wind. Wiss ich, ist das neu oder war ich hier nur nie? Ah, da ist gerade was neu gewachsen. Sehr schön. Oh, Fire Vortex. Na, komm mal her. Upsa. Äh, wup. Was zur Hölle ist das hier? Äh, wer bist du? Major Fungoid. You lose blood. Das fängt ja gut an. Modulately wounded. Deflect, critically wounded. Fails to hurt you. Fails to hurt you. Okay. Dagger. Meiner von Gold. Ah, das war ein Schmarschum. Ja, ich, äh, ich, äh. Irgendwoher hat mir das jemand erzählt? Irgendwoher kommt mir das bekannt vor. Ist das schon... Aber ich kann mich, ich kann mich nicht unbedingt daran erinnern, dass ich hier jeweils und sowas... Weil das hätte ich mir doch gemerkt. Hm. Irgendwoher muss ich das auch wissen. Ich bin auch der Meinung, FC heißt Fungal Cave. Und ich weiß nicht, woher ich das weiß. Echt? Habe ich es irgendwo gelesen? Stone Giant Bleeds for the Wounds. Ja, das glaube ich auch. Ähm. Einmal schon. Ah, apply herbalism. Come on. Was haltet ihr denn von Burning Hands? Badly injured. Okay. Funktioniert offensichtlich ganz gut. Gut. Sammeln wir hier mal alles ein. Hm. Och, Gottes Willen. Manger von Gold. Nur, ich meine, solange ihr nur einzeln hierherkommt, ist ja alles gut. Aber ich habe so den Eindruck, das bleibt nicht so. French Mushroom. Mhm. Okay, also Erbs müssen wir uns hier nicht beklagen. Das Dumme ist, dass es hierher zu kommen, ja nur wirklich eine Qual ist. Weil da müssen wir durch die Animated Forest durch und den können wir nicht jemals entleeren. Also selbst wenn wir, also die Respawnen schneller, als wir sie umbringen können. Äh, die Animated Dinger da. Ähm. Ähm. Okay, na hier, da haben wir, Moment, das haben wir abgedeckt. Und dann machen wir das hier. Mhm. Also das hier kommt weg. Hits you. Ähm. Bzzzt. Okay. Okay. So, dann haben wir, ja, brauchen wir alles nicht. Das können wir hier lassen. Okay, das ist nachgewachsen. Ähm. Und dann... Ah, come on, okay. Liegt da irgendwas? Okay. So, was können wir hier mitnehmen? Saber, nehmen wir mit. So, das haben wir jetzt hier halbwegs zurechtgestutzt. Und meine Burning Hands scheint ja ganz gut zu funktionieren hier. Okay. 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 Ach, da ist die Treppe. Wollte ich auch gerade sagen. Na gut. Und, ach ja, ich habe auch noch geguckt, Red und Green machen tatsächlich. Ähm, ich wollte gerade sagen, das Ding hat sich so schnell bewegt, das muss ein Quickling sein. Ähm. Äh, die sind lästig, aber die dürften nicht viel aushalten. Bandaging, ja, gut. Ähm. Ach, du liebe Güte. Ähm, ja, also Red macht Fire Resistance, Green macht Acid Resistance. Stirb doch mal hier alle, geht mal alle weg. Giant Red Corps. Ops. Giant Red Contabonessen, ne? Ja. Oh, sweet. Red Gem. Okay. Stirb, da ist der Anwad, okay. The caves, weak of musk, dampness and general rot. Mushrooms grow everywhere and you feel slimy tendrils gripping after your neck. Okay. Äh, warum bist du blau? Greater Fungoid. Okay. Ich nehme an, du bist... Wollen wir dich erst mal weg hier. Wollen wir mal gucken. Model Ridley Wounded. Okay, können wir also auch von Hand killen, das ist gut zu wissen. Und du hast dann eine ganze Menge Geld dabei, wozu man das als Pilzkopf braucht, weiß ich allerdings nicht. Äh, eine Wäsche, okay. Meine liebe Güte. Wow. Und hier ist es dunkel. Dann machen wir mal Licht. M. Fortune Cookie, alles sehr schön. Skeletal Warrior, kriegen wir auch kaputt. Hand Eggs und mehr Schrums, also... Oh, nice, danke. Das ist nix. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Mehr von euch. Also ich meine, öpp-mäßig, also können wir uns ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr Öps, können wir jetzt wahrscheinlich einen Handel aufmachen. Jupp. Okay, aber ein paar können wir mal droppen. Food, wir brauchen... Was ist immer schlecht, immer schlecht ist... Was sind die denn? Demon Daisy brauchen wir nicht. Demon Daisy brauchen wir nicht. Devil Roses brauchen wir nicht. Burp Roots brauchen wir nicht. Okay. 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 na gut gucken wir weiter keine Ahnung wie tief das noch geht also falls ich hier irgendwie war oder es aus irgendeinem Grund schon mal gesehen habe erinnere ich mich nicht an allzu viel ich glaube das wechselt immer hin und her die müssten jetzt wieder muss das jetzt wieder so werden ach egal Game of Life kenne ich nicht aus dem Kopf die Regeln ähm Ronia Antidote ist glaube ich auch gar nicht schlecht Strange Mushroom oh hier ist so viel da ist eine Falle das ist so hochinteressant wer hat die hier hingebaut offensichtlich können unsere Pilzköppe das äh dann machen wir jetzt mal Monster Memory You face a rather small humanoid kind of mushroom it walks on two stubby leg-like appendages and its three-fingered arms black eyes watch you without discernible motion and a small mouth-like opening seems to be constantly mumbling its gate shows surprising strength and its rubbery surface appears more like hard leather than anything else okay they are highly vulnerable to fire na gut das ist gut zu wissen Identity Identify Identity Identify Ihr seid greater von God ich meine dann können wir ja auch mal ein Feuerbolt ha 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 äh burning hands short bow head leather boots schrumms 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 You have entered a particularly dark part of the cave system water is dripping from mushrooms covering the ceiling the air is warm and the rotten stench permeates everything Okay Woho 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 Wer bist du? Cutbills What? Gib mir mal mein Geld wieder Äh nee Ich will mein Geld wieder 26.000 Aber sonst geht's noch ne? Wie hast Du hast mir 26.000 auf einmal geklaut Okay Oh Du bist rot Das ist Du bist Fangard Ach du liebe Güte Fangard Overlord Das klingt mir nach Boss Und das klingt mir nach Unangenehm Ähm Ähm Hi Hostile Uncaring Gut Das wird wahrscheinlich nicht so bleiben Hallo Äh Ah hier Das kann ich auch Und zwar So Firebolt Ha 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 Okay Was ist das da? Was ist das? Das ist Du hast auf einem Pool gestanden Okay Diesen Pool werde ich besser nicht trinken Du bist jetzt hostile nehme ich mal an Du wirst ja nicht kommen um mit mir zu reden Ähm 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 Firebolt Du schwackst die nicht mal auf Ne? Das ist ja ganz hervorragend Ja gut dann Tschüssikowski Ne? Äh Suddenly ein item Seems to be falling on the ground Wut? A Fangard's broadcast arises From the depth of the Islamic truth Thrashing Blablablabla Okay Several items are lying here Medium shield Dagger Dagger Hornshed basket Okay Und eine ganze Menge Mushrooms Okay Und du geh mal sterben Push and water Können wir immer gebrauchen Was? Hörpush Achso Gut Ist mir egal Ah Die kommen da aus dem Pool Aha Verstehe Hm Könnten wir den Ich meine Theoretisch können wir Pools ja leer trinken Ich weiß allerdings nicht Ob das mit dem Pool funktioniert Weil wenn das so was ähnliches ist Wie ein Ant Hive Ähm Wird das wahrscheinlich nicht gehen Hm Ich meine wir könnten einfach irgendwas drauflegen Wie wär das denn? Wieso haben die Dagger bei sich? Okay Also Ähm B B B Milky Pool Shell-Armor, haha. Dagger, Strange-Marschule, Strange-Marschule. Mhm, mhm, mhm. Oogle-Lord. Bzzzt, oh, bzzzt, oh, bzzzt, na also. Also ich meine, Kram finden wir ja, ja, also können wir ja nicht meckern. Ach, okay. Ah, ihr könnt über Wasser gehen, das ist ja auch interessant. You lose blood, hör mal auf damit. Aggressive splashing sounds. Your magic fails, wir können hier nicht teleportieren, das ist ja auch interessant. You're paralyzed, das ist aber ziemlich, 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 ziemlich unschön. Äh. Okay, wie viel wiegen wir da? Ach, liebe Güte, okay. Also wenn wir da hinwollen, müssen wir, also erstmal gucke ich noch, was hier ist. Ja, wir sind sick. Ähm. 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 Okay. Also, dann müssen wir hier ja mal alles droppen. Mein Lieber. Achso, wie gesagt, habe ich das eigentlich immer noch nicht... So, das erste, was wir jetzt machen, ist mal das, dass ich das mal nicht vergesse. So. Ähm... Drop. Ich meine, am besten ist es einfach, wenn ich alles droppe. Hm. Drop. All. Jalalalalala, lalalala. Okay. Wie viel wiegen wir jetzt? Okay, jetzt können wir hier rüber. Ich meine, am besten mit der Begründung. Okay. 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 Okay, another cap. Chaos-Eye. Komm, irgendwann müssen wir doch mal... Na also. Okay. Ich habe das Gefühl, hier werden wir nicht hinterher kommen mit dem Killen. Deswegen nehmen wir mal... Nehmen wir mal unseren ganzen Kram auf. Ähm... P... All. Ja, ein interessantes, kleines Dungeon. Das mich ja auch mal interessieren würde, was das da ist, was wir eingesammelt haben. Wir haben doch so vieles kurz auf Identify. Dagger of Vampirism, Light Daggers, Cursed Daggers, Flaming and Dimension Hand Axe. Okay. Äh, das ist ein interessantes Kram. Äh, das ist ein interessantes Kram. Okay. What the fuck? Okay. Ähm... Ähm... Super. Äh... Und das ist ein Tool. Äh... So, ich meine, es ist Cursed, aber das ist ja egal. Wir wollen es ja nicht ablegen. Ich meine, ich kann ja auch einfach... Äh... Ja, okay, dann würde ich sagen, können wir uns hier einfach mal... Äh... Verabschieden. Mushroom of Shivering, Mushroom of Meditation. Wow. Die haben sogar einen Namen. Ach ja, klar, wir haben sie identifiziert. Deswegen wissen wir jetzt, was es ist. Okay. Shivering. Ach du liebe Güte. Ha. Okay. Ja, hier sollten wir, glaube ich, verschwinden. Hier werden wir nicht... ...ewig bleiben können. Ah. Danke. Bäh. Ah. Ich sollte vielleicht... So machen... Okay, wir sind schon im gelben Bereich, Several Items... Swirly Mind, Kaboom, okay... Lost Thoughts, das klingt nicht gut... Swirly Mind klingt so gut auch nicht... So... 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 See... So... So... Immobility, Lost Thoughts, Vibrating Ring, Mushroom of Kaboom, Mushroom of Shivering, Jade Ring, wow, Fly Mushroom, what? What the fuck? Na, kommt doch mal in eine Reihe hier, so, ist brav. Na, Ka-Monster. Schon auf Energy, es gibt offensichtlich verdammt viele verschiedene Shrooms. Mushroom is burned, ja gut, das kann ich jetzt nicht ändern. Okay, die werden immer besser. Ja, also wir sollten uns hier... ... 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 Trevi, natürlich keine mehr. Sieht nicht so aus. Okay, sieht nicht so aus. Ja, iss mal irgendwas hier. Dwarven Sausage. Yes. 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 Ghoul. Könnte uns Paralyzing Resistant machen, glaube ich. Äh. Äh. Suddenly you can't move. Äh, jetzt geht das wieder und es könnte sein, dass wir das jetzt sind. Äh. Paralyzed Resistance, aber, äh, resistant, aber bin mir nicht ganz sicher. Okay, äh, aber gut. Ja, die immer noch alle hostile. Ja, ja, mhm. Ja, gut. Ja. Okay, das hat nicht funktioniert. Kommen wir hier irgendwie durch. Okay, bloß weg hier. Heieieieiei. Okay, also, merke im Wald nicht mit Feuer spielen. Das ist keine gute Idee. White Dragon Hatchling, okay. Kommen wir her. Burning Hands. Leider kein Korps. Aber eigentlich brauchen wir da ja auch kein Korps für. Okay, wo will ich hin? Da oben. Okay, mein lieber Mann. Aber wir haben erkundet, was hinter dem Animated Force ist. Das ist allerdings nicht da, wo ich hin wollte. Weil eigentlich geht es halt weiter in den Caverns of Chaos. Wir sind hier in ein ganz anderes Dungeon hinabgestiegen. Aber für den Kollegen Thwanda reicht es aus. Deswegen werden wir da noch kurz Bescheid sagen. Habe ich noch irgendwas anderes vor? Ne, Moment nicht. Okay. Chat. Good to see a hero. Quests. Well done. Interesting news. Take this wand. It might come handy sometime in the future. Come in handy, oder? Ist ja geil. Dankeschön. Gottes Willen. Wand, 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 wand. Vibrating, J-Twing. Okay, wir haben eine ganze Menge, was wir identifizieren können. Und vor allem sollte ich mich auch mal mit diesen Schwimms beschäftigen. Kaboom. Also was Immobility macht, kann ich mir vorstellen. Parallel, Swirly Mind, Lost Dots ist wahrscheinlich sowas. Entweder Confusion oder sowas wie eine Potion of Amnesia. Hardiness. Wahrscheinlich vielleicht Toughness. Ich muss echt mal nachgucken, ob ich da schon irgendwo her, wieso weiß ich da ein bisschen was drüber. Vielleicht habe ich das mal irgendwo gesehen. Ich muss noch meine Unterlagen durchgucken, wieder habe ich mir dazu sogar schon was aufgeschrieben. Indomitability. Was ist das? Das ist doch so Gottes Willen. Was ist das denn? Ich meine, okay, Mushrooms of Energy. Wahrscheinlich Spell Points. Gut, das ist ein Fly Mushroom. Können wir dann fliegen? Wüsste nicht, dass das in diesem Spiel geht. Oder vielmehr bin mir sogar sicher, dass ich wusste, dass es nicht geht. Aber, okay, was haben wir denn jetzt hier? Was hast du mir gesagt? Wand, wo sind die denn? Wand of Door Creation? Das ist aber nicht dein Ernst. Du hast mir eine Wand of Door Creation mit... Oder liegt die da noch? Die liegt da noch. Okay. Gut. Ich bin schon ruhig. Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Und dann können wir ja den Kollegen noch nach der einen oder anderen Quest befragen. Und ja, dann gibt es mehr Aufträge für die Zwerge. Also, bis dahin. Tschüss. Danke, bl sound zurück. Prosk ey�imas, jetzt zur물zem. Y ranges ger風, concrete anitorios. Also, das ist schön Airv oder vermeligning dafür,